Es gibt einen neuen Disney-Filter und ihr wisst ganz genau, dass wir das machen müssen. Okay, ich glaube, ich mag Rapunzel lieber. Elsa oder Aurora? Oh Gott, das ist mir jetzt schon zu schwer. Aber ganz ehrlich, ich finde irgendwie Elsa cool, deswegen nehme ich Elsa. Jasmin oder Sandra? Jasmin, eindeutig, ich liebe Aladin. Belle? Ich kenne die Linke gar nicht. Oh, Tiana, ganz klar. Oh mein Gott, okay, das sind zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Merida oder Pocahontas? Aber ich liebe, ich liebe Merida. Mulan oder Arie? Ähm, Mulan. Oh Gott, das ist alles zu stressig, Kadamoana. Ich kenne die Linke nicht, deswegen. Oh, okay, aber ganz ehrlich, da nehme ich eindeutig Rapunzel, weil ich liebe den Film Tangled. Ich finde, das ist einer der süßesten Filme ever. Ich glaube, okay, mein Gott, ich liebe Schöner, das Bies und ich liebe Aladin. Ich finde beide Filme richtig, wen mag ich lieber? Ich glaube, von der Prinzessinnen her selbst vielleicht Belle sogar. No way, okay, ich liebe Merida und ich liebe Tiana. Ich sage, wie oft habe ich schon das Wort Liebe in diesem Video gesagt? Okay, ich nehme, ich nehme Tiana. Ich finde Kirsten Frosch so süß. Okay, Moana oder Mulan? Mulan vielleicht? War das die falsche Entscheidung? Rapunzel, ich liebe Rapunzel. Das habe ich doch gerade, oder? Oder? Nein, oh Gott, jetzt wird schon ganz verwirrt. Oh mein Gott, wir sind beim letzten angekommen, Rapunzel oder Tiana. Wen nehme ich? Wen nehme ich, wen nehme ich? Oh Gott, ich kriege jetzt einen Schweißausbruch. Wen liebe ich, wen nehme ich? Ich glaube, Rapunzel, ich liebe sie einfach. Bu canale ich. �förefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefre API. br Mulan¡ Buく Und rein Ku Qu beni Ku die